Hallo, in diesem Video wieder einige Antworten auf Ihre Fragen. Wir überspringen das Intro komplett. Wir haben keine Zeit, wir sind ein bisschen spät dran. Welche Fragen wir nicht vorlesen, finden Sie in unserem Video auf unserem Channel Sempera Sponsor. Erste richtige Frage, Terrandolos bezüglich Login umgehen. Kann man das umgehen? Nein, kann man nicht umgehen, wenn Sie nicht das entsprechende Passwort haben. TM Köln fragt an, ob tape.tv.legal ist. Können wir nichts zu sagen? Wir haben uns den Service selbst noch nicht angeschaut. Sie fragen allerdings nach der Nutzung. Ja, die dürfte legal sein. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Das Einzige, wo Sie sich eventuell Sorgen machen könnten. Aber wie gesagt, wir haben uns das Programm noch nicht angeschaut oder diese Webseite und deswegen ist das hier also alles hochtheoretisch. Wenn da jetzt irgendwas gezeigt ist oder wird, was moralisch jenseits von Gut und Böse ist, also in Deutschland die drei Themen, richtig? Hat man schon mal in einem anderen Video gesagt, was absolut verboten ist in Deutschland. Wenn die jetzt sowas da zeigen würden, dann wäre die Nutzung wahrscheinlich immer noch legal, aber sie dürften die entsprechenden Dateien am Ende nicht auf ihrem Rechner haben. Da müsste man dann eventuell. Aber ich bin mir ganz sicher, sowas zeigen die da nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Aber trotzdem, vom Prinzip her. Deswegen die Nutzung wahrscheinlich legal. Ohne zu wissen, was das da ist. Aber eben die Nutzung dürfte legal sein. Ob das Anbieten legal ist, was die da machen, ist eine ganz andere Frage. Infinity Neo 580 WLAN surfen. Wenn man die MAC Adresse vorher geändert hat, dann kann man noch nicht zurückverfolgt werden. Oder ist man doch nicht zurückverfolgbar. Ja und nein. Ja, es ist sehr schwierig, sie danach zu erwischen. Es ist aber nicht unmöglich, sie zu erwischen. Je nachdem, welcher Aufwand da getrieben werden würde. Denn wenn sie ja quasi das fremde WLAN benutzen, dann sieht ja der Eigner des WLANs, welche Webseiten sie aufrufen. Und wenn diese Webseiten nachher zum Beispiel in ihrem Webbrowser gefunden werden auf ihrem Rechner, dann hat man sie trotzdem. Für den Fall der Fälle, dass sie jetzt dahin gehend spekulieren, dass sie sagen, ich benutze das und kann dann am Ende in dem Moment, wo ich die Leitung getrennt werde oder getrennt habe, nie wieder gefunden werden. So weit würde ich da nicht gehen. Abgesehen davon, dass sie natürlich bei einem offenen WLAN immer die Gefahr eingehen, dass sie auf einen sogenannten Honeypot hereinfallen, der also eigentlich nur dafür aufgebaut wurde, damit sie das benutzen, damit der andere, der mehr drauf hat, dann eben das Ganze entsprechend belauschen kann. Aber es ist richtig, nur aufgrund der MAC Adresse würde man nur in der Lage sein, die MAC Adresse zu suchen, um dann zu sagen, okay, das war er, aber die MAC Adresse wird man nicht finden, weil sie sie ja geändert haben. Aber natürlich könnte man sagen, hier, der Benutzer, der diese Fake MAC Adresse benutzt hat, der war auf dieser und dieser Webseite und wenn das dann in ihrer History steht, dann wären sie theoretisch noch ermittelbar. Let's Play TV Germany bezüglich unseres YouTube-Verband Deutschland, ob man sich da auch anmelden kann, wenn man nicht Partner ist, derzeit nicht. Wir sind gerade erst am Anfang und wir müssen hier derzeit noch jede Anmeldung von Hand freischalten. Deswegen haben wir das jetzt erstmal daraufhin begrenzt, dass wir gesagt haben, wir nehmen jetzt erstmal nur die Partner und schauen jetzt mal bezüglich unseres ersten Auftrags, den wir da quasi haben, wie weit wir überhaupt kommen als Verband. Und wenn es dann, sag ich jetzt mal, von Erfolg gekrönt ist und man sich darauf einigt zu sagen, okay, komm, lassen wir das hier so weitermachen und schauen wir mal, wie weit es was bringt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man dann irgendwann mal sagt, wir nehmen auch noch andere auf, die nicht YouTube-Partner sind. Aber das muss man dann auch wieder einigermaßen clever anfassen, weil dann können wir wiederum auch nicht jeden aufnehmen. Da hat dann irgendeiner zwei Abonnenten und bewirbt sich, da ist ja die ganze Geschichte mit der Aufnahme schon aufwendiger als alles andere. Deswegen, irgendwelche Grenzen muss es geben. Nicht, weil wir die anderen nun mal nicht leiden können oder so ähnlich, sondern einfach, weil es dann irgendwann nicht mehr praktikabel ist. Deutschland hat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, 400 Partner. Wenn die alle in ein Forum strömen und sich da gegenseitig anfangen, noch zu unterhalten, dann verliert man sowieso komplett den Überblick. Und wenn wir das Ganze jetzt auf 40.000 YouTube-User hochrechnen und wohl wissen, dass Deutschland natürlich wesentlich mehr Benutzer hat, aber wahrscheinlich werden sich nicht alle anmelden, ja, dann bringt es am Ende dann auch nichts, wenn da 40.000 Leute irgendwas schreiben. Deswegen, man muss natürlich auch aufpassen, dass man die Sache am Ende nicht darüber dann wieder kaputt macht. Mega-G-Freak bezüglich Webmin einloggen auf einem AWS-Server. Haben wir in einem Video ganz klar gezeigt. Schauen Sie sich das Video einfach noch mal an. Da wurde das ganz klar gezeigt. Tim Bledak bezüglich E-Mail-loser E-Mail-Dienst. Was muss man da rechtlich beachten? Das kann Ihnen Ihr Rechtsanwalt erzählen. Wir können das nicht abschließend sagen, was Sie da alles machen müssen. Können Sie leider keine Beratung dahingehend machen. Sorry. Acker, VS Deutschland. Proxy automatisch erkennen. Wie kann ich andere Rechner in meinem Laden dazu zwingen, den Proxy zu nutzen? Ich würde eventuell mal versuchen. Ich habe es selbst noch nie gemacht. Müsste man mal überlegen. Müsste man mal zeigen. Müsste man mal in die To-Do-Liste aufsetzen. Ich würde wahrscheinlich das Ganze so versuchen, über den DHCP-Server zu realisieren. Und der DHCP-Server, der soll den Proxy als Gateway angeben. Das würde ich als erstes machen. Der soll den Proxy als Gateway angeben, sodass die anderen den Gateway ja abfragen über die DHCP-Abfrage. Und dann sagen, okay, der Proxy ist der einzige Ausgang. Dann sollte der Proxy natürlich clevererweise über den Standard-Port operieren. Das heißt 80 und jetzt nicht 8080, weil da sucht ja quasi der Firefox oder die anderen Webbrowser standardmäßig nicht nach. Und natürlich könnte man dann den Router oder das Modem, die Hardware-Firewall, anweisen, keinen Traffic entgegenzunehmen, der von anderen Rechnern kommt, außer vom Proxy-Rechner. Das heißt, selbst wenn dann irgendjemand sagt so, ja, aber nicht mit mir und ich ignoriere den Proxy einfach, er kommt dann trotzdem nicht raus. Das wäre eine Möglichkeit, wohin gehend ich jetzt mal anfangen würde. Müsste man aber mal wirklich mal machen. Merciful 2706, komplett fremdes Thema, deswegen können wir hier leider nicht beantworten. Da sollten Sie vielleicht mal zum Verbraucherschutz gehen, ein Monitor oder ein Fernseher, dreimal hintereinander defekt. Jetzt ist natürlich inzwischen die Garantie abgelaufen und deswegen soll da jetzt wohl bezahlt werden. Ja, wie gesagt, das fällt gar nicht in den Computerbereich. Deswegen, da wäre der Verbraucherschutz bei Ihnen wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner oder halt Ihr Rechtsanwalt. Ja, aber ich würde es mir wahrscheinlich auch so nicht bieten lassen und würde einfach sagen, die haben ja quasi nie repariert. Wenn die dreimal am selben Teil einen Defekt hatten, dann ist da ja was anderes kaputt. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, die Garantie, die ist noch nicht abgelaufen. Leute, ihr verarscht uns ja hier. Aber da hilft Ihnen dann eben am Ende des Tages auch nur Verbraucherschutz-Rechtsanwalt. Okay. 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 Okay.